Beeindruckend. So super, ja? Eigentlich ist ja alles toll. Ich habe eigentlich einen sehr guten Zahnarzt gesucht, weil es eine große Baustelle bei mir war. Und ich habe über Internet über sie erfahren. Da habe ich gute Ergebnisse gesehen. Und deswegen habe ich mir auch über sie entschieden. Bei mir hat das eigentlich alles geklappt. Auch im Hotel habe ich das immer gebucht. Flug auch. Also bis jetzt alles prima geklappt. Ja, ich habe das mal im Internet gesehen. Aber man könnte es ja auch nicht so alles glauben. Aber wo ich jetzt hier war, ich war immer sehr, sehr begeistert. Auch von dieser Technik, was man da angeboten hat. Ich war ja in Deutschland mehrmals zu Zahnarzt. In Kalf beispielsweise. Da musste man dann immer Abdrücke nehmen. dann nach Stuttgart schicken. Dann wieder warten, bis der Zahntechniker das gemacht hat. Und dann Termine. Immer jede zwei Woche, jede drei Woche. Also das kann man jetzt nicht vergleichen wie das jetzt. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Also von der Technik her. Also sehr technisch vorgeschritten. Ja. Vorgeschritten. Von dem Personal sind eigentlich alles freundlich. Ja. Ja. Und also bei mir war das so. Und also ich werde das auch immer, immer wieder machen hier. Okay. Weil nochmal zu Dentopra zu kommen, wenn ich, wenn ich das nochmal brauchen muss. Auf jeden Fall werde ich sie weiterführen, weil ich habe ja noch 20 Mitarbeiter. und die warten jetzt alle auf meine Ergebnisse. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Dann werde ich sie sehr gerne weiter empfehlen. Mal. vig coses. Wir sehen uns kurz bis dah". No ett Wir sehen uns kurz, rausz zu nehmen. pty. Nee! Dann dieses Wasser wieder auf einmal. kind. Deine das schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020